ah ist natürlich egal was ist los eka wo bist du in der kleinen hütte und da war ein zombie in der hütte in der kleinen hütte davor steht ein zombie wirst du das ja hier ist aber auch ein typi ich weiß nicht ob er pennt oder tot ist jetzt habe ich mich verlaufen wo ist jetzt her gekommen oh gott nein lass mich in ruhe lass mich in ruhe oh gott lasst mich in ruhe oh gott jetzt macht doch den kopf da ab wow gotti du verdammte nein wieso geht er wieder hoch der idiot ich halte es nicht aus hier ist ein zombie da scheiße alter hab ich mich erschrocken man wer hat sich wohl war wie erschrocken wir könnten aber gerne ein bisschen helfen aber wenn die jetzt unterstecken wenn nicht mehr ich er trete sofort ha 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 leckt mich am arsch wieso ist jetzt das kann nicht gut gehen Es ist lecker, aber es ist so blöd irgendwie, ne? Oh, fuck off! Kann man das sehen, Alter? Mega Gänsehaut, ey! Wo ist der? Wo ist der? Mist! Ich will das nicht! Ich schaff das nicht! Da kommt er! Schieß ihn ab! Da wo der Punkt ist! Oh Gott! Schieß ihn ab! Oh Gott! Oh Gott! Da lebt noch Mann! Still doch nicht, sei da durch, Alter! Oh, fuck die Katze in den Arsch, Alter! Da scheint eine Zivilisation zu sein oder irgendwas, was einer Zivilisation ähnelt! Da bin ich ja mal gespannt ein bisschen! Was? 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 Oh, fuck! Wer bist du denn? Oh, oh, oh! Alter, ich hab mich erschrocken, Alter! Was ist das denn für ein ekliges Ding gewesen? Oh! Hallo? Geht's Ihnen denn gut? Ich hab so keinen Bock mehr, Freundes! Wow! Nee! 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 Alter, leck mich am Arsch! Nee! Nein! 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 Ich weiß nicht, ob er was machen soll. Mach auf die Scheißtür, mach auf die Scheißtür. Lass mich durch, lass mich durch! Komm! Oder tot? Ach, verdammt. Ich weiß nicht, ob er was machen soll. Mach auf die Scheißtür, mach auf die Scheißtür. Lass mich durch, lass mich durch! Oh! Wurde tot? Ach, verdammt. Aber ich... Ist doch scheißegal, wer den Schatz aufmacht. Was ist das denn? Guckt euch mal diesen... Was ist das denn? Wow! Was hat denn Bär? Scheiße! Oh, hau ab da! Und wo bist du? Licht finde ich so spontan gesehen in der dunklen Mine eigentlich nicht. Ist ziemlich geil. Weil, ähm... Wegen Sehnen und so. Willst du mich verarschen?! Alter! Und ich krabbel da noch weiter drauf zu, ne? Ich seh euch! Ich hau mich immer weg da drüber. Wow! 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 Fuck, ey! Wird der Boot denn so fallen hier hin? Jaja, ich hab's mir fast gedacht, Leute. Alter, was ist denn das? Was ist das denn? Das sind ja volle Zombiekinder, Alter! Näh! Ihhh! Äh! Hör auf! Näh! 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 Kann ich ähm... Das ist für dich ähm... Das ist ja eklig! Ganz Schön, wenn das Licht wieder aus... härsch! Vielen Dank.